Hallo, das sieht doch schon ganz gut aus und noch geht es dir gut, ja? Schmeckt es? Ja, jetzt haben wir die Pause, erstmal die Pause, wir haben einen Kameramann, Thomas, hallo Thomas, die Würstchen schmecken 100%. Hallo, wie gesagt, Kameramann Thomas ist jetzt da, heute werden wir die Aufnahmen hinten machen, hinterher auch Backstage gleich, beim Finale, wir sind alle im Finale, beziehungsweise Marcel und Steppen. Da ist schon mal vorab Glückwunsch, aber wer weiß, wo wir da landen, statt Mikrofon haben wir heute die Wurst, das ist wirklich ein Tipp von mir, eine Geflügelwurst von Viva Vital Netto, kein Spaß, der hat nur 4 Gramm Fett und das ist meine Standardwurst, die ist eine Eiweißbombe, das ist eine Eiweißbombe, ja, ja, und es ist einfach so, wenn mal Wurst, dann diese Wurst, das ist jetzt auch nicht nur spaßig, es ist wirklich ernst gemeint, das ist wirklich eine Wurst, die ich empfehlen kann, saftig, saftig und trotzdem eiweißreich und wenig Fett, low count. Vielen Dank. Vielen Dank.